Es gibt keine echte Absicherung mehr bei Krankheit, bei Arbeitsplatzverlust. Das, was über lange Jahre hart erarbeitet worden ist, das kann mit einem Schlag weg sein. Aber mit all dem finden wir Linken uns nicht ab. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen sozial abgesichert sind, in der niemand zu Hungerlöhnen schuften muss und in der niemand im Alter bloß eine Armutsrente bekommt. Wir wollen gute Gesundheitsversorgung und gute Bildung für alle. Und wir sind davon überzeugt, das ist möglich und das ist auch bezahlbar. Nämlich dann, wenn man Politik macht für die Mehrheit der Bevölkerung und eben nicht für den Profit der Bosse der mächtigsten Lobbyisten. Wenn man sich traut, sich mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Wenn man sich traut, extremen Reichtum gerecht zu besteuern und umzuverteilen zum Wohle der Allgemeinheit.